Jürgen Dreefs hat Nervenzehrende Monate hinter sich, denn Ehefrau Ramona Dreefs war an Hautkrebs erkrankt. Jürgen Dreefs, Tochter Joelina Tochter, spricht über seinen Gesundheitszustand. Nach seinem Karriereaus ist es still um ihn geworden. Es ist kein Geheimnis, dass Jürgen Dreefs gesundheitlich angeschlagen ist. Aufgrund der schweren Nervenkrankheit Polyneuropathie hat er Abschied von der Bühne genommen. Doch wie steht es wirklich um den Ex-Schlagersänger? Tochter Joelina verriet im Gespräch mit Bunte. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wohl ist er im Kopf und auch körperlich noch sehr jung geblieben. Die Krankheit macht es ihm natürlich nicht immer einfach. Und es gibt Tage, an denen er erschöpft ist und über Schwindel klagt. Dann wolle er nichts unternehmen. Der Austausch mit der Jugend tut ihm gut. Doch genau in Phasen wie diesen schenkt Joelina ihm Lebensfreude. Ich merke immer, dass er total aufblüht, wenn mein Freund und ich gemeinsam mit ihm Zeit verbringen. Wir zeigen ihm dann die neueste Musik, die neuesten Dokus und Serien auf Netflix und reden über Musik, das Business und viele andere Dinge. Man merkt, dass er diesen Austausch, gerade mit einer jüngeren Generation, sehr genießt. Jürgen Drews, Ehefrau Ramona, kämpfte gegen den Hautkrebs. Weil sich Vater und Tochter so nahe stehen, spürt Joelina auch sofort, wenn sich Ängste in Jürgens Herz schleichen. In solchen Momenten denkt der Schlagerstar nicht nur über die Begleitumstände des Älterwerdens nach, sondern sorgt sich auch um seine große Liebe Ramona. Denn auch, wenn der Hautkrebs seiner Frau rechtzeitig entfernt werden konnte, allein der Gedanke, sie zu verlieren, raubt ihm Lebensenergie. Wie gut, dass seine Tochter ihm Abwechslung verschafft. So verbringt die Familie viel Zeit zusammen im Garten. Und wenn sein Sonnenschein wieder abgereist ist, dann begleitet Jürgen Drews seine Ramona frohgemut zum Reiterhof.